Willkommen zu einer neuen Folge SheetWall. Ja, wir befinden uns heute nach langer Zeit wieder in Belgien. Nee, ist es Nordfrankreich? Es ist auf jeden Fall Schlacht an der Sombra. Und wahrscheinlich steht hier auch im Text, wo das ist. Aber ich würde sagen, wir gehen rein. Für alle, die neu sind, könnt ihr gerne abonnieren, um euch zu unterstützen. Und da sind wir auch schon. Ja, wir sind Julius Caesar ohne Augen. Ah, nee, jetzt haben wir Augen. Leute, fuck. Ich würde sagen, wir gehen erstmal voll auf Angriff. Heute mal eine klassische Runde ohne irgendwelche Special-Einheiten oder ähnliches. Alter, da blühen sich alle. Jetzt sagen wir jetzt, der Let's Kommt mal zur Let's. Attack. Ich habe letztens einen Guide gelesen, wie man am besten die Leute hier tricksen kann. Alter, Alter, da sind ja richtig viele hier. Sing, sing, meine Freunde. Ich mache euch alle fertig. Wir können nix. Die Wikinger sind schlecht. Leute, Leute, kommt zu mir. Schnell, wir müssen das Ding zurückziehen. Nimm es mit. Stell dich drauf. Ich schmeiße schon die Sperre. Vielleicht kriege ich es hin, ein paar neue Einheiten zu spawnen. Guck mal, die interessieren sich gar nicht für mich. Das ist richtig gut. Das heißt, wir könnten jetzt Sperrwerfer oder doch lieber Einheiten-Limit. Wir haben ja für zu wenig Kohle, ne? Wir hätten ja nur 100. Leute, guck mal, die interessiert sich gar nicht für uns. Oh, doch, da interessiert sich Grün-Brennen für die Flagge. Oh, ein Lila auch. Freundchen. Komm, wir upgraden ein bisschen was. Ja! Attacke! Haut sie weg! Sing! Bleib liegen, mein Freund! Du bist tot! Oh, fuck, ich hab mir mal eine Maid getroffen. Ich sag, du bleib liegen. Alter, was sind die so übelstark auf einmal? Da haben wir nur noch drei Einheiten. Okay, Freunde. Ganz ruhig. Alter, jetzt kommen sie ja auf einmal alle. Okay, 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 komm, Jungs, mach das. Warum sind die auf einmal so aggressiv? Nix da. Das ist immer noch unsere Flagge. Wie schnell Grün auch immer hier ist. Attacke auf den King. Der King ist mir. Hedi! Bam! Hedi! Bam! Hedi! Bleib liegen! So, wir versuchen jetzt mal mit 24 Mann hier. Äh, plus mich. Oder zähl ich schon dazu? Weiß ich nicht. Äh, hier mal grün ein bisschen was zu attackieren, weil die halten ja momentan die Mitte. Komm, Jungs. Das Ding hat zwar tausend, wird von der Leben. Aber wenn wir, wenn wir hier den Stützspunkt schon mal hätten, das würde schon mal viel ausmachen, tatsächlich. Oh, fuck, jetzt spawnen wir neu, oder was? Ja, das ist fies. Ne, die müssen erst rauskommen. Gegen die verlieren wir eindeutig. Und zwar maximal hart. Aber was wir machen können, ist, dass wir den Punkt wegnehmen. Komm schon. Da, jetzt ziehen sie sich wieder zurück. Weil sie kleine Schisser sind. Ja. Aber ich glaube, wenn wir grün erstmal streitig machen, so, jetzt tricksen wir grün aus. Die denken nämlich jetzt, aber ich muss die Flagge holen. Uuuuuh. So. Oder? Das wird eng. Kommt, Leute. Alle hier rein. Alle hier hoch. Kommt, Jungs. Ihr schafft es. Formation. Schild. Aber wenn wir das hier halten, dann haben wir eine unendliche Menge an Einheiten. Das kriegen wir hin. Perfekt. Eingriff. Ja. Voll drauf. Zink, zink, meine Freunde. Macht sie weg. Jetzt wird D angerufen. Wait. D ist doch meine Festung, oder? Ne, die bin ich hier. Okay, alles gut. Kurz ein bisschen was sorgen. Ich würde ganz gerne dieses Hauptsymbol hier haben. Es gibt uns ein paar gute Punkte, aber dafür muss ich erst diese Standard. Standarte kaufen, ne? Das kostet halt so viel. Unverschämt. So, jetzt müsste grün raus sein, ne? Wenn ich das hier sehe. Mit wem bekämpft sich denn jetzt Lila? Mit Orange? Ziehen sich da oben zurück. Wir müssen mal kurz die Lage checken. Nicht, dass wir jetzt Orange angreifen und Lila uns angreift. Die decken das nur. Die stehen da rum und denken sie, joa. Und jetzt? Jetzt wollen sie Stress machen. Da, äh. Gold pro Minute klingt ganz gut. Da. Da kommt Orange um die Ecke, Leute. Lasst euch nicht verarschen. Jetzt tricksen wir sie aus. Indem wir nämlich jetzt hier Orange angreifen. Und die rennen uns hinterher, die Idioten. Da machen die sich gegenseitig fertig. Das wäre witzig. Kommt, Jungs. Komm da. Klippelt das Tor Lila. What? Die? Okay. Jetzt hoffe ich, dass wir das hier ganz schnell einnehmen. Scheiße. Jetzt haben die das schon eingenommen, bevor das Tor überhaupt wieder aufgebaut worden ist, ne? Das war mies. Jetzt ist es nur noch ein Kampf zwischen Lila und mir. Natürlich. Was denn noch sonst? Wir können aber Geschosse nehmen. Und danach rekruten. Aber was wir ganz gut machen könnten, wäre von hier aus, die da oben zu attackieren. Die sind jetzt zurück in ihre Base gerannt, oder? Kommt, Jungs. Angriff. Ja, die haben auch einen Flaggenträger. Komm, wir sind fertig. Komm, 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 komm. Ja. Dings liebt wieder. Ja, okay. Das macht es jetzt nicht so einfach. Wenn der seine Einheiten da oben neu spawnen lässt, dann müssen wir aber kurz einen taktischen Rückzug wieder machen. Nichts, dass die jetzt versuchen, aha, oder so anzugreifen. Dann bin ich ja voll sch... C. Okay. Damit können wir arbeiten. Loll, die sind einfach durch gerade. Loll, die sind einfach durch gerade. Das hat uns jetzt übelst. Alter. Ich bin jetzt voll ausgetrickst. Und ich habe auch einen da, und ich bin jetzt. Okay. Jetzt. Okay. Vielen Dank.